Willkommen beim Zombie Tutorial und auf dem heutigen Stundenplan steht das Rundenrennen im Tunnel. Der Tunnel allgemein ist ein sehr geiler Spot wie ich finde zum Rundenrennen. Empfehlenswert 1 oder 2 Personen und ja fangen wir erstmal an hier die Zombies hinter uns zu bekommen ist eigentlich auch richtig easy also und so nebenbei kann ich schon die Pro-Siden abdecken, die Pro-Siden also eindeutig der Elektro-Zommy, der Avogadro, der kommt hier nicht rein und das ist eigentlich schon eine richtige Pro-Side. Es ist auch eigentlich relativ viel Platz hier drinnen also ich habe dann nie wirklich Probleme gehabt. Na gut, was ich dazu sagen muss in Koop ist das natürlich immer wieder was anderes als in Solo. In Solo kommt der ganze 24er Haufen nur auf einen selber. In Koop war das irgendwie aufgeteilt. Wie weiß keiner so wirklich. Aber eigentlich durften bei dem Platz hier nicht wirklich irgendwelche Probleme auftauchen. Und ja das wäre hier das erste Teil wo man runden laufen könnte. Bei zweiten Platz ist der Werke hier hinten maximal bis zu der Linie. Denn sonst kommen die Denissons hier, die Bewohner des Waldes. Und ja beim Basti Power habe ich die Waffen extra nicht mit reingenommen, weil es hier sowieso nicht wirklich springen in den höheren Runden. Hier die M16 da drüben an der Wand. Auf jeden Fall eine richtig geile Waffe. Auch selbst noch in der Runde 30 40. Auch unten gepuncht. Ja da kommen wir gleich zur Pro... K-Heh. Kommen wir gleich zur Kontraseite der Bulls. Wie immer. Ähm... Ja gut in den höheren Runden kann es wahrscheinlich vorkommen, dass die Muni von der M16 sehr schnell leer geht. Man hat damit mit 120 Schüsse insgesamt und ein 30er Magazin so schon drin aber man muss einfach nur ganz normal alle Zombies hinter sich bringen und wie ihr dann seht habe ich eigentlich gar keine Probleme die Muni zu kaufen und man kann dann am Ende noch mal richtig schön reinballern, die ganzen Zombie sterben und vielleicht sogar noch ein Max Ammo oder dann auch mal eins droppt oder vielleicht auch einen zu kill ja Kontrasseiten habe ich ja alles gesagt, ne obwohl, ja das Feuer, wobei das Feuer kann man auch zu einer Pro-Seite machen denn die Zombies werden dadurch anfälliger von den Schüssen, durch die Schüsse sterben die ja dann natürlich noch schneller, ne nicht das Feuer sterben die natürlich schneller, mit den Schüssen kombiniert und das war es auch schon für den Tunnel, also das ist echt mein Lieblingsspot hier zu rennen allein schon weil man hier sehr viel Platz hat, man kann eine Waffe kaufen, man hat nicht wirklich Ammo Probleme dann, die Waffe ist relativ stark und ja, es ist alles okay hier, hat sie jetzt in seinem nächsten